Ich sage einfach nur ein Erinnerungsvideo, dass am Sonntag, den 26. Oktober 2014 die Uhren von 3 auf 2 zurückgestellt werden. Und wenn ihr das Video bewertet, dann am besten positiv, wenn ihr dafür seid und negativ, wenn ihr dagegen seid. Am März werden die Uhren am letzten Sonntag des Monats wieder vorgestellt. Und dann sage ich einfach mal, dieses Video ist eine Art Umfrage. Und da hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Und dann bewertet bitte das Video und auch Teilen der Netz.